Norddeutscher Rundfunk 2021 Der Champagner? Hast du Champagner bestellt? Ist auch ein besonderer Anlass. Okay. Hanna, wir sind seit fünf Jahren, drei Monaten und elf Tagen zusammen. Ist das dein Ernst, hier? Du bist eine wunderschöne Frau. Du bist toll, du bist lustig, du bringst mich zum Lachen und, naja, noch öfters. Du bist im Orgasmus. Oh Gott, ich glaube, ich hole gleich. Wir wohnen jetzt schon eine Weile zusammen und waren schon öfters im Urlaub und wir beenden gegenseitig unsere... Sätze! Unsere Sätze! Genau. Und deswegen ist für mich der Zeitpunkt gekommen, die Fragen aller Fragen zu stellen. Ich bin sprachlos. Ich liebe dich und ich möchte unsere Liebe mit der ganzen Welt teilen. Hanna Leonora Pineapple Erlinger, möchtest du mit mir zusammen den Facebook-Status auf in einer Beziehung mit ändern? Ja, ich will, ich will für immer und ewig. Was? Wie den Facebook-Status ändern? Ich dachte, du wirst mir einen Heiratsantrag machen. Wow, langsam. Heiratsantrag? Ja, na klar. Ich meine, warum machst du sonst hier dieses ganze romantische Zeug? Für einen scheiß Facebook-Status? Ich dachte, du freust dich. Jede andere Frau würde sich freuen, wenn dein Freund sie fragt, den Beziehungs-Status zu ändern. Ja, schon. Du, Schatz, lass uns das doch ganz in Ruhe angehen. Heute den Beziehungs-Status und dann schauen wir einfach, wie es sich weiterentwickelt. Okay, na gut. Dann lass es uns tun. Aber meinst du, die Leute, die liken das überhaupt? Ganz ehrlich, ich glaube sogar, meine Eltern werden es auf Twitter teilen. Okay, wir tun es. Ihr habt euch heute hier eingefunden, weil ihr den nächstgrößten Schritt ein wenig aufschieben wollt. In einer Welt, die immer hektischer und schnelllebiger wird, habt ihr Halt gesagt. Halt! Nicht so schnell. Und das ist gut. Denn was wäre, wenn du nächsten Samstag beim Danzen jemanden kennenlernst, der viel süßer ist als... Jonas. Jonas. Und Jonas, was wäre, wenn du jemanden kennenlernst, der einen viel geileren Arsch hat als... Hanna. Hanna. Moment mal, einen geileren Arsch? Können Sie mir da einen Club empfehlen? Ey. Möchtest du, Jonas, deinen Beziehungs-Status auf in einer Beziehung ändern? Bist, dass der Bock dich verlässt und du keinen mehr hast? So antworte mit Like. Like. Und möchtest du, Hanna, deinen Beziehungs-Status auf in einer Beziehung ändern? Bist, dass der Bock dich verlässt und du keinen mehr hast? So antworte auch du mit Like. Like und Share. Dann seid ihr hiermit nach den unantastbaren AGBs von Facebook in einer Beziehung. Ihr dürft euch nun anstupsen. Wie? 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 Untertitelung des ZDF, 2020